Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play 7 Days to Die, Mahlzeit Morph. Mahlzeit. Ja, das sieht ja gut aus, bleibt mir hier schon stehen. Die Tür offen lassen ist natürlich ein tödlicher Fehler, wenn die da rein gerannt kommen. Kannst du von hier oben noch welche runterstellen? Ne, kann ich nicht. Preise, da sind zu wenig. Ah, verdammt. Egal, nützt dir nix. Haben wir eins zu hoch gebaut, müssen wir beim nächsten Mal einen tiefer bauen. Ja, ich bin gespannt, wo die Bagage kommt. Ich mach mal die Tür zu, wünsch dir viel Glück. Komm mit rein. Wie du, wie? Komm mit rein. Ich geh hier raus. Machst du die Tür zu? Ja, ne? Da zu, ja. Ja, gut. Äh, hier, ich geh hier aufs Dach. Okay, Grubenhelm an. Ne, hab ich nicht an. Muss noch vorhin gehen. Dööö. Hast kein Grubenhelm an? Ja, hab ich an. Wollt grad sagen. Kommen sie heraus. Ich bin gespannt, von wo die Kohorte kommt. Schaffe ich das noch gerade, darüber zu basteln? Ich bin gespannt, von wo die Kohorte kommt. 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 Ja, 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 hier rennen sie rum. Komm, äh. Komm, schneller. Hä, ich bin doch da. seh dich nicht renn damit, renn in die Gurkenköpfe. Hier bin ich rumgezappelt. Gut Randale. Aufpasst, dass sie ja nicht hochkommen. Immer wieder wegknallen die Typen. Ach du Scheiße. Hätte mal mehr auf rumzuhüpfen. Das sieht nicht gut aus. Ja Mutti, wir kommen schon an den Strand. Ach du Scheiße. Renner mit. Oh oh. Der Rest, da unten. Pass auf, die dürfen nicht hier dran rumklopfen an dem Stein. Ach da hinten. Ach du Kacke. Hier Mutti. Wir versuchen den Zaun hochzukommen. Die hauen da unten auf dem Stempel rum. Da dürfen die nicht. Wenn der abbricht, haben wir verloren. Da bricht alles ab. Auf dem Stempel drauf rum. Wenn der abbricht, fallen wir runter. Dann war er das. Blöde Kuh, lass den Zaun in Ruhe. Blöde Kuh, lass den Zaun in Ruhe. Ha 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 ha. Zack, hause Füße. Fall um. Ach du Scheiße, hier auch noch. Oh ja, die haben schon böses Traunruf rumgehackt. Auf dem Ding. Ich versuche mal zu bauen, dass ich reparieren kann. Verblätter stehen. Los. Ach du Scheiße, ich komme hier. ABC schützen. ABC schützen sind Schulkinder morf. Nein, hier. ABC schützen sind Schulkinder. ABC schützen. Geh weg da, wo du stehst. Komm hier rüber. Boah, der ist schon fast im Eimer. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Die sind hier sehr gefährdet. Ach du Kacke. Die machen die Hüpfkonzert. Ich versuche die mal um die Ecke zu locken. Ist das der einzige Eingang, wo die rauf rumklopfen? Ich komme hier nicht rüber. Doch komme ich. Ja. Wer hat denn so viele von denen bestellt hier? Moff. Das Ding schwebt schon in der Luft, wo du stehst. Kann man nicht mehr machen. Hinkommen, wo ich bin. Da ist er. Ich habe es dir gesagt. Der Moff ist tot und frisst kein Boot. Lauf, Moff, lauf. Ich helfe dir. Wie ist dir noch hinterher? Ja. Auf, Moff, einmal im Kreis. Ich habe es dir gesagt. Ja, was will ich denn machen? Auf, Moff, lauf um die Ecke. Ich glaube es doch schon. Ja, der kommt schon wieder zu mir. Sehr schön. Einer ist noch hinter dir. Ja, einer. Ich habe ihm noch einen gegeben. Da. Ruhe. Lass dem Moff in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Wieso läuft der so schnell? Dem hat das gar keiner erlaubt. Haben wir ihn getroffen? Er ist tot. Oder? Letzter Tod. Ja. Jetzt steht der Moff da unten. Das war es noch nicht. Moff, hast du Holzrahmen? Nein. Ich baue dir welche. Ich baue dir ein paar Holzrahmen. Ja, und dann baust du wie eine Treppe oben drüber. Zu der Tür. Damit du da reinkommst. Und dann drehst du dich um und nimmst die Holzrahmen wieder weg. Du schießt das nicht draußen bis am Looten, ne? Klar. Du bist irre. Wenn gleich die nächste Horde kommt, bist du im Eimer. Dann hast du genug gelootet. Kann ich davor nicht retten, wenn noch ein 20er Pack angerannt kommt. Es sind gerade mal 23 Uhr. Eine Stunde. Ich habe das gewusst. Ich habe das gesehen. Das war schlecht gemacht. Wir hätten das so machen müssen, dass du von außen reparieren kannst. Das war dümmlich. Okay. Aber ich habe das doch gesehen und habe gesagt und du sagst, was will ich denn machen? Das war so ein typischer Moff, du glaubst du gar nicht. Typisch das war. Was will ich denn machen? Ah, ich falle. Da muss noch einer vorstellen. Einfach auf dem Boden. Wie ein Treppchen. Du wolltest keinen Branche zusammenbauen, ja? Nein, brauchst du nicht. Sag doch, stell noch einer vor wie ein Treppchen. Der ist zu geil für einen Holzblock dahin zu legen. Der hat nichts kostet. Zwei Holz, aber stirbt gleich. Jetzt kommst du hoch. Halt umdrehen und den Shit abbauen. Nicht natürlich unter deinen Füßen. Einfach einsammeln mit E. Du stehst schon in der Luft. Und unter dir hack den fest. Fall ich hier nicht rüber, runter will ich hier rüber gehen. Wie? Ich weiß nicht, wo du bist. Keine Ahnung. Ah, ich stehe auf der Fensterbank. Verdammte Scheiße. Ich muss einen höher. Das ist ein typischer Moff. Warte, ich komm gucken. Komm, ich rette dich. Geiße, ich müsste irgendwie noch mehr Leiter bauen hier. Guck einfach nach unten. Hüpf und stell dir die Pfosten hin. Aha, jetzt kommst du reingehüpft. Jetzt gehen wir da weg. Komm raus. Weg, nicht weg machen. Ich mach den Rest. Meine Fresse. Ja. Wird gejagt. Gejagt. Hier steht gejagt. Wir sind gejagt. Also sind hier noch welche Moff. Geil, die soll mich in Ruhe lassen. Die blöden Viecher blöden. Blöden Viecher blöden. Hatten dich schon ganz schön am Arsch. Ehrliche Sachen. Die blöden Viecher. Die blöden. Das ist ja jetzt erstmal die erste siebte Nacht. Meinst du, wenn da noch Spucker kommen und sonstige Scherze? Wir brauchen Handgranaten. Oder irgend sowas. Ja, ja. Ich bin gejagt. Da steht gejagt. Ah, wieso weiß ich nicht. Ist einer im Haus drinne zufällig? Nein, ich hör nix. Okay. Leider sind die Fackeln einen zu hoch. Schau mal her. Kann ich die Fackeln tiefer setzen? Was ist los? Die Zeit geht gar nicht rum. Okay, zack dahin. Ja, so könnte es auch gehen. Nur wenn das Ding zu schwer ist, bricht alles ab. Wie man gesehen hat. Eindrucksvoll. Geht doch mal aus. Abwärts. Er hat ja noch Glück. Da hat sie Glück. Auf jeden Fall. Sobald die schon großteils tot waren. Hat sie Glück ohne Ende. Also unsere Schmiedenwand war das Angriffsziel. Gut, dann müssen wir das nächste Mal bescheid. Warte, dann machen wir hier ein riesen, riesen Ding drumherum. Wind erst rein. Ich trau mich noch nicht nach unten. Ja, ich hab ein bisschen gesagt, ich geh nicht raus. Geh nicht raus. Ich geh nicht raus. Ich könnte ja noch ein paar Stacheln bauen, Dinger. Hier. Oder solche Holz. Nee, nee, nicht Stacheln. Den Stamm. Keine Stacheln mehr bauen. Und Stacheln. Ein spitzer Stamm. Ja. Genau. Oh, schon mal 40. Komm mal her. Fertigen. Ich hab gedacht, das ist dein Ende. Ich auch. Ist mir jetzt schon wieder kalt oder was? Wie viel Schaden hast du gekriegt? Gar keinen. Doch, ich hab jetzt noch 68 von 106. Ja, wieso haust du dir nicht dieses Verbandsmaterial rein da? Klebestreifen. 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 Dachte er. Eintrinken. Prost zu essen. So. Ich bin auch nicht voll. Wieso bin ich denn runtergegangen mit meiner maximalen Gesundheit? Oder bin ich raufgegangen? Weiß ich gar nicht. Jetzt werde ich beinah runtergelatscht. Ich möchte am liebsten Ich bin unten. What the fuck? Geht weg hier ihr Dömmdödel. Sag mir nicht, jetzt kommen sie wieder. Wir locken ein. Okay, die können wir Rucki-Zucki abbauen. Hast du ja schon alle gelootet? Auf der... Auf der... Wenn du... ...dass die nicht kommen wie die Wahnsinnigen. Ich bin ja schon da. Ich geh mal in den Tunnel. Mein Scherz Keks. Weg damit. Kommst du denn wieder hier hoch? Weg. Rechts über die Dinge. Weg damit. Weg damit. Die Wand ist fast kaputt da. Das ganze Holz, was drunter gefallen ist. Wir suchen. Zack Quatsch. Wir suchen. Zack Quatsch. Da. Ah. Ja mit. Du musst wirklich aufpassen. Ja hoff. Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Also wenn er kommt, brüllst du wirklich, ne? Ja ja. Ich schrei dann direkt laut. Ich hab bisschen Angst hier unten. Ich fühl mich sehr gut. Äh zerlegen. Z. 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 Äh. Ja. So. Der Ding brauche ich nicht. Die ganze Mist. Wo sind die Dinger? Da sind sie. Verdammt. Nein. Nicht so lahmarschig. Hau weg den Shit. Sehr gut. Boah bin ich angespannt hier. Ja. Frag mich mal. Ich steh hier unten. Kollege. Erzählt mir. Er wär angespannt. Moment. Moment. Hier machen wir direkt richtig. Wo sind sie? Da sind sie. Zack. Zack. Hier. Da braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. Weg. Weg. So. Zack. Toll. Boah. Also. Kann mir nichts besseres vorstellen. als am siebten Tag draußen rumzulatschen. Oh. Warte. Muss das sein. Ja. Dann mach doch. Keine Zeit. Könnte wirklich sein, dass er für die erste Nacht gut war. Was war das? Hast du was geworfen? Nein. Scheiße. Komm mal hin. Komm. Nein Mach doch reden Höller Sack Hier 1, 2, 3, 4 Immer im Takt Was mit der Nase im Monitor Wusste nicht Ja alter Lass das doch Das kostet Holz ohne Ende Aber ich glaube Ich glaube wirklich Könnte es gewesen sein Wie gesagt ich habe auch noch so 40 Stämme Einstecken Ja ja ich habe auch noch Stecke Ich will gleich schon wieder rauf Ist nicht schön Die ganze Zeit hier draußen rum zu rennen Ehrlich nicht Das habe ich auch noch nie gemacht Nachts hier draußen rumgerannt Ein Beklopter Aber anscheinend War das eine große Welle Und dann war das Okay war erst der erste Tag Wenn man so will Wenn ich jetzt weg mache Fällt das runter Nein nein ich gehe jetzt Okay Okay Und auf der anderen Seite Ist nix Ich kann ja mal gucken gehen Ob hinten auf der anderen Seite Jetzt was ist Du bist ja jetzt wieder da Ja kannst du Wo ist der Mond Wo ist der Mond Was Er ist fast abgestürzt Aufpassen Ich glaube da ist was Ochse Mein armes Herz Er lacht es sich kaputt Er ist ganz schön lang Gebraucht sich umzudrehen Sehr spaßig Warte ich mach das Ding weg Dann mache ich das hier mal sicherer Den Rundumgang hier Der gefällt mir noch nicht so Fühl dich nicht so sicher Hast du ne Spitzhack dabei? Ich leider nicht Ja natürlich Ja natürlich Ah natürliche falsche Da unten der Teil Ah komm Ich pack das hier ja so weg Oben am Dach Ich bin vollkommen runter Ich bin vollkommen Kling 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 Wo ist er denn? Ist egal Hab ich gleich fertig Jetzt brauchst du den Spitzhack Nimm ein weil du brauchst du die Wand kaputt Zack So zack Äh Hepp hepp So moment Da hin Dann muss ich erst festklopfen Tak 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 Plöp Plöp Okay So Ganz ein bisschen sicherer Um rumzulatschen Kommst du auf den Dingern rum Wo drauf ich stehe Das gefällt mir gar nicht Halt bei dem Gerl Was ist denn hier? Was soll das denn hier? Okay Kommt mit den zwei Kisten übereinander Das wirst du Ich bin so überzeugt Dass der Tier so richtig ist Angebaut Egal So wunderbar Ja also Weit so gut Da liegt auch noch einer Hat gut geklappt Die abzulenken Auf jeden Fall Die Reihe da wegzumachen Das hat auch gut geklappt Ja da machen wir noch einen hin Sicherheitshalber So Da ist die Tür Oh ja man muss trotzdem aufpassen Ja Oh Wie wird wenn ich noch hier zwischen Ja Mach zu So Ja Ja Viel noch Klack 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 Ja jetzt kommt man aber gut drum herum Und von hier aus können wir gut drauf ballern Wenn sie hier kommen Hier kommen sie aber leider nicht Kommt mal wieder aber alles von der anderen Seite Ja das weiß man Manchmal wechseln die die Seite Auf jeden Fall kommen wir jetzt von überall hoch Überall rum Über die halbe Hütte drum herum Einzige was hier Hier kann man nicht direkt Doch Ist ein bisschen gefährlicher hier Da passt sich hier was drum herum Damit das auch Jeder sieht wo drunter geht Sonst hat nämlich gefährlich Zack 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 So Damit man Halt Da ist immer Baste Naja Fisch Da denkst du da ist immer Baste Sehr schön So Dann siehst du besser wo es hoch und runter geht Und rennt es nicht auszusehen über das Dach und Fels runter Bein gebrochen Zombies Die ne ne Ja Dude Aber auf jeden Fall Dude Da kannst du hinten auch noch so ein Ding basteln Hier war doch auch noch irgendwo so eine Leiter hoch oder nicht Eigentlich mal Ja Irgendwo war da hier noch eine Leiter nach oben Aber hier kannst du einfach runterspringen Ja nütz Hier irgendwo an der Seite Hier war noch so ein Ding Ja nütz Nö Leiter gesehen Ja hier Aber wenn du die ne ziehst Die guckt ja schon aus dem Dach raus Da war sie Genau Na so weit so gut Ich hab das mir wirklich schlimmer vorgestellt Weil wir haben das ja auch noch hochgedreht ne Auf mindestens 36 pro Genosse der hier rumrennt Ja Ja die Bäume müssen wir weg machen Also wenn die Bäume mag ich da ja alle weg Ja nachher müssen sie nicht Die kann man jetzt ja einmal wachsen lassen Aber im nächsten Mal halt Da baue ich keine neue hin Nach einer Seite ja Guck mal da hinten wo die größeren sind Im Süden Da so Oder Ja ja Auf dem Hügel Auf jeden Fall lass so 20-30 Meter Platz ist Quasi genau so ne Genau wie breit du die gepflanzt hast Dahinter anfangen Damit wir sehen woher die Typen kommen Wenn das jetzt Jetzt ist hier noch ne kleine Horde ja Aber ist schon nicht schlecht Wenn man die von vorn rein sehen kann Und nicht wenn sie direkt aus dem Wald Direkt bei dir vor der Vorderdür stehen Schöne Kinderspielplatz Der lebt immer noch Schöne Kinderspielplatz Hätte ich nicht gedacht Dass das überlebt Immer noch Da können die Kinder schön Spiele gehen Kann ich jetzt zwar nicht empfehlen Aber Und das Ding müsste auch noch ein bisschen breiter An der Erde Das ist an für sich nicht gut Hier komm mal raus Ballern Böf 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 Ne an für sich könnte man das hier auch Hier an der Wand lang Längst ziehen Ja plöpp 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 Oh das ist wieder weit weg Warten sie Holzrahmen Holzrahmen Dann komm mal her Holzrahmen brauchen wir immer Fünfzig Stück Bauen wir Zack zack Mach die mal zu Ja 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 Schön zugebastelt Da hast du auch Schwein gehabt Wie du runtergefallen bist Hast du nicht Angefallen bin Ja Ja So Wir machen das hier so In der Ecke Bin ich so geheuer So ein Rundgang Was man auch Hier drumherum kann Ich wollte mich jetzt schon mit Kuh um die Ecke lehnen Weißt du das Ja Ja um die Ecke gucke Aber das ist glaube ich ein anderes Game Wie ich nur auf so einen Blödsinn komme Aaaaaah Gucken wir mal wo ich stehe In der Luft ja 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 Was Schade dann Schubs Ja Da lacht er gehäßig Schubs Nix Schubs 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 ist Aua Fast wieder gezuckt Aber es müsste gehen jetzt hier Zack 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 Blöde Fensterbank Ich hab immer Angst Ich glaube ja nicht unter mir dein Ding auszusehen hat Genau du hast ja nicht schon fein gehabt beim runterfallen Dass du nicht in die Stacheln gefallen bist Ne Ja Dann wär es besser im Arsch gewesen Stacheln noch am Bluten Kommst nicht weg Ja gut Leute Die siebte Nacht haben wir überstanden Ich hab mir schlimmer vorgestellt Aber wir sind gespannt Wir müssen ja darauf zuarbeiten Auf die nächste Nacht Hier etliche Verbesserungen müssen noch her Ja Ich hoffe ihr hattet Spaß Wir sehen uns beim nächsten Mal Daumen hoch Ich vergesse mal Weil euch gefallen hat Wir sehen uns beim nächsten Mal In dem Sinne Habe die Erde Tschüss Ciao